Busunglück in Iran Mindestens 28 pakistanische Pilger sterben Der Bus, der pakistanische Pilger von der iranischen Stadt Mashhad nach Quetta in Pakistan bringen sollte, verunglückte in der Provinz Sistan und Belutschistan im Osten Irans. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, aber es wird vermutet, dass schlechte Straßenverhältnisse und übermüdete Fahrer eine Rolle gespielt haben könnten. Die iranischen Behörden haben Rettungsteams an den Unfallort geschickt, um den Verletzten zu helfen und die Opfer zu bergen. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, um medizinisch versorgt zu werden. Der pakistanische Premierminister Imran Khan und der iranische Präsident Hassan Rouhani haben ihr Beileid ausgesprochen und den Familien der Opfer ihr Mitgefühl ausgedrückt. Pakistan und der Iran haben angekündigt, bei der Aufklärung des Unfalls zusammenzuarbeiten und Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer und den Verletzten dieses tragischen Unglücks. Ausatmen B.: 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 Untertitelung des ZDF, 2020